Da war die Leiter. Guten Tag! Also mittlerweile ist der Felszunnel gar nicht mehr so gruselig als Kind. Ohne Blitz. War das nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber ich muss sagen, generell ist Kanto auch mittlerweile sehr entspannt, weil man das ja auch nur ungefähr schon 85 Mal gespielt hat. Und dementsprechend irgendwie automatisch weiß, wo man lang muss und man einfach nebenbei gut über alles mögliche andere quatschen kann. Also ich glaube, ich kann wahrscheinlich diese Pokémon-Streams schon fast als Kategorie Just Chatting einordnen, würde ich behaupten. Wobei Kategorien auf Twitch relativ sind. Ich habe ab und zu gucke ich mal so ein bisschen auf die Twitch-Startseite, um zu gucken, was mir so vorgeschlagen wird. Ich gucke mir auch gerne mal so andere Layouts an oder so. Und mir ist das jetzt schon so oft aufgefallen, dass Leute, die Pokémon spielen, grundsätzlich immer das neueste Pokémon-Spieler-Kategorie haben, unabhängig davon, was sie gerade spielen. Also ich habe jetzt ja offensichtlicherweise hier Feuerrot und Blattgrün, wenn auch als Hack, aber trotzdem. Und voll viele Leute, das habe ich hier gesagt gestern erst gehabt, da hat auch jemand, glaube ich, Feuerrot und Blattgrün wirklich gehabt. Und hat dann als Kategorie... Kapu drin. Und ich glaube, das machen tatsächlich sehr viele Leute, dass egal, was sie gerade an Pokémon-Sachen spielen, als Schwert und Schild aktuell war, war Schwert und Schild als Kategorie drin. Legatna Azois, Karmesin und Purpur. Immer das Neueste, um die Chance zu erhöhen, gefunden zu werden. Aber das finde ich doch total doof irgendwie. Weil wenn ich jetzt wirklich nach jemandem gucke, der Karmesin und Purpur streamt und die Hälfte der Streams sind einfach was komplett anderes, ist doch auch irgendwie doof. Aber ich glaube, das ist so... Ist Geon Edge die Weiterentwicklung von Aro? Oder ist Aro Geon Edge? Ne, Aro, okay. Ich wollte gerade sagen, dann wäre das jetzt nämlich ein Spoiler gewesen. Also ich meine, ich bin ja sowieso, glaube ich, nicht so gut in diesem Twitch-Game drin, was alles Viewer bringt. So, was man am besten streamt und was man am besten für Streamtitel macht und als Kategorie, was man da am besten eingibt und wo man vielleicht Pausen oder Werbeblöcke macht und keine Ahnung was. Also ich glaube, ich bin da furchtbar schlecht drin, mich selber zu vermarkten. weil ich immer so dieses Mindset habe von ich setze mich einfach entspannt hin und quatsche mit euch. Und alles andere ist mir eigentlich ziemlich egal. Deswegen habe ich da irgendwie nicht so viel Ahnung von. Oh! Oh, oh, oh! Oh! Ja! Ja! Ganz cute! Damit habe ich jetzt irgendwie so früh gar nicht gerechnet. Aber ich meine, gut, Psiyao entwickelt sich, oder Psiyao entwickelt sich, glaube ich, halbwegs... Ach, du bist eine Elektroattacke. Cool. Halbwegs früh. Aber ich habe trotzdem irgendwie gedacht, vielleicht ein bisschen später, ne? Weil, ne, Traumagiel hat man meistens auch nicht so früh. Keine Ahnung, ob sie die Steilentwicklung dann einfach ignorieren. Hm, eine Feenattacke. Ne, also... Ist ganz cool für Coverage. Aber ich glaube, das passt auch so ganz gut. Wie sieht das denn jetzt bei dir so aus? Du hast immer noch Schwebe durch. Und hast ganz gute Werte. Nice. Dann packen wir Chani mal nach vorne. Das hat mich jetzt gerade irgendwie komplett überrascht, die Entwicklung. Aber nämlich... Ich hatte eher gehofft, dass Aro sich langsamer entwickelt, aber vielleicht noch ein paar Level. Ähm... Aber ja, auf jeden Fall, wie gesagt, bei Selbstvermarktung bin ich irgendwie nicht ganz so gut. Ich will jetzt noch nicht mal sagen, dass ich zu faul dazu bin. Das wäre, glaube ich, Jans Argument. Ich glaube, Jan wäre legitim so, nö, ich bin zu faul dazu. Ich mache den Stream einfach an und gut ist. Aber ich weiß nicht, ich bin so... Für mich ist Stream einfach so... Komplett... Zwanglos, sag ich mal. Für mich ist das wirklich eher so dieses... Als wenn wir zusammen auf dem Sofa sitzen und zusammen zocken irgendwie. Und ich will da gar nicht so ein riesiges Business draus machen. Also so wie Kuro schreibt, ich nehme natürlich gerne euer Geld für einen neuen PC, um geile Aufbauspiele zu spielen. Ganz uneigennützig natürlich. Nur für eure Unterhaltung. Ganz klar. Aber, ähm, ja, weiß nicht. Irgendwie müsste man sich da wahrscheinlich so ein bisschen mit reinfuchsen, was jetzt Sinn ergibt und was für den Algorithmus irgendwie... Was für ein Ding am besten funktioniert. Aber da habe ich irgendwie keine Ahnung von. Ach, das Ding! Oh, ich habe vergessen, wie es hieß. Okay. Ich glaube, da brauche ich aber mal ein Wasser-Pokémon. Ich will immer weiterklicken, weil ich, glaube ich, bis zum letzten Stream irgendwie immer drei Wasser-Pokémon hatte. Ich muss mich erst mal so ein bisschen dran gewöhnen, dass ich nur noch eins habe. Und genau aus diesem Grund mag ich deine Streams. Das freut mich. Also wirklich. Es ist immer so... Ich finde, es ist immer so leicht zu sagen, so, danke. So, ne? Und dann ist das Thema irgendwie durch. Ich habe immer so das Gefühl, wenn Leute nett zu mir sind oder in gewisser Weise wertschätzen, loben, whatever, was ich tue, oder auch subben oder so, dann... Ach du! Du warst auch ganz cute. Dann finde ich immer so dieses einfach nur Oh ja, danke! Und dann weiter im Text. Das ist irgendwie so... Ich weiß nicht. Das fühlt sich so ein bisschen an wie... Routine. Nach dem Motto. Wenn jetzt jemand subbt, danke und weiter. Als hätte ich das nur so runterrattern würde. Und ich glaube, das muss man sich aber auch manchmal so vor Augen führen, dass wir dieses Bewusstsein immer noch haben, dass wir uns darüber im Klaren sind, was wir eigentlich haben. Weil ich glaube, sehr oft verlieren wir einfach die Wertschätzung für Dinge, die wir halt als selbstverständlich mittlerweile ansehen. Wenn ihr euch jetzt zum Beispiel irgendwie was Neues kauft, keine Ahnung, neues Plüschi oder so, und die erste Woche guckt ihr das jedes Mal an und denkt euch so, oh ja, schön, freut mich und so. Und irgendwann ist es einfach da. Also ich denke so bei Dingen, die dann irgendwie nicht mehr niegelnagelneu sind, da verliert man schnell die Wertschätzung irgendwie. Und ich denke, man muss sich dann manchmal schon so ein bisschen nochmal vor Augen führen, was man eigentlich hat, um diese Dankbarkeit dafür irgendwie zu behalten. und deswegen ist mir einfach auch wichtig, wenn Leute was Nettes sagen über meine Streams, über mich, über was auch immer, dass ich da nicht einfach nur so ganz leer einfach so, ach ja, danke, weil es einfach Routine ist, weil ich das sagen muss oder so, sondern wirklich, dass man auch merkt, dass ich das halt auch wirklich meine irgendwie. Versteht man, was ich sagen will? Vielleicht? Gibt es noch eine Teilliste für den neuen PC? Ja, Alex hat mir ja den neuen PC zusammengestellt. Ich meine, er wird da mit Sicherheit nochmal korrigieren müssen, wenn wir ihn dann auch wirklich bestellen, weil bis dahin vielleicht dann nochmal Teile irgendwie anders sind oder vielleicht auch irgendwas teurer ist oder nicht lieferbar oder whatever. Aber ich habe auf jeden Fall eine Liste, was in den PC rein soll. Deswegen wusste ich ja auch, wie teuer der wird. Clea-Tricks. Clea klingt wie Cleopada, aber das heißt wahrscheinlich im Englischen anders. Äh, ja. Aber das heißt, wir haben Bauts mit Sichlo und Aborethos ist es, glaube ich, mit Axanthor und dann Silvaro mit Xerox? Weil das ist die Hisui-Form. Oder? Nee, Moment. Nee, Hisui-Form war ja nur die letzte. Kann sein, dass sie die anderen beiden Stufen an die Hisui-Form so ein bisschen angepasst haben farblich. Aber stimmt, es gab ja nur Hisui Silvaro. Die anderen beiden waren ja gleich. Und klar, Axanthor ist sowieso Hisui. Okay, aber fühle ich nicht. Je nachdem, wie Xerox aussieht, fühle ich es vielleicht schon. Aber das fühle ich nicht. Aber ich fühle Axanthor auch generell nicht so. 128 GB RAM für eine gute Aufbauspiel-Experience. Du kannst mich halt, also abseits davon, dass das wahrscheinlich nicht passieren wird, weil das klingt irgendwie schon... Wahrscheinlich ist es was extrem Gutes. Wahrscheinlich nicht in meiner Preisklasse. Du kannst mich jagen mit solchen Dingen. Ich habe überhaupt keinen Plan. Deswegen habe ich ja Alex gefragt. Jan hat ein bisschen mehr Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich glaube, Panchan hat 32 GB. Und ich vermute mal, dass Neo-Panchan nicht mehr haben wird. Aber du kannst mich jagen mit solchen Begriffen und Daten. Ich habe doch keine Ahnung. Ich habe irgendwo den Screenshot davon. Aber da hört es auch auf. Ich möchte übrigens betonen, an dieser Stelle, als ich den Stream gestartet habe, vor ziemlich genau einer Stunde, hatten wir strahlenden Sonnenschein und es war richtig, richtig hell hier drin. Jetzt sitze ich hier im Dunkeln. Ich glaube, es regnet auch. Da habe ich nur einmal kurz mich geräuspert und schon jemand trinken. Okay. Da will ich gucken. Mir geht gerade die Welt unter. Es ist zumindest sehr dunkel geworden. Ich glaube, es regnet auch. Also wenn jemand noch ein bisschen Regen braucht, sagt Bescheid. Schick euch gerne was rüber. Das Wetter, ich habe da ja an sich nichts gegen. Also gerade wenn ich eher am Arbeiten bin oder so, dann kann es ja von mir aus regnen. Wobei ich es schon schöner finde, wenn draußen die Sonne scheint. Das ist irgendwie auch einfach für mein Gemüt schöner. Na, also denke, da kann wahrscheinlich auch jeder was mit anfangen oder das nachvollziehen, dass man oftmals einfach, wenn es auch morgens direkt hell ist und wenn die Sonne scheint, dass es einem doch einfach besser mitgeht. Also gerade wenn so im Winter, wenn es morgens noch richtig dunkel ist, dann komme ich zumindest auch ein bisschen schwerer aus dem Bett. Ah, jetzt kommt der Platzregen. Ne, jetzt ist auch halbwegs laut. Okay. Also es gibt ja auch Leute, die Regen super beruhigend finden. Und wie gesagt, ich habe an sich auch nichts gegen Regen so. Aber gerade so morgens, wenn ich aufstehe oder so, habe ich schon gerne, dass es ein bisschen heller ist und die Sonne scheint. Das motiviert mich dann irgendwie noch mal so ein bisschen mehr. und ja, aber an sich der Garten freut sich. Ist immer mein Motto, gerade so im Sommer. Nur Achtung, Garten-Stories. Ich weiß, die sind immer so ein bisschen ich glaube, ich glaube, Garten ist so mein nischiges Thema. Ich bin mir nicht sicher, wie viele von euch da wirklich irgendwie Freude dran haben, über Pflanzen zu reden. Aber ich habe als Kind schon immer im Garten geholfen. Ich habe also ich habe auch immer Schlammkuchen gebaut im Garten, aber ich habe tatsächlich auch Pflanzen umgepflanzt und alte Blüten abgemacht und hatte mein eigenes kleines Beet. Und ja, deswegen habe ich irgendwie von klein auf schon eine besondere Verbindung zu Garten und ich wollte immer unbedingt einen eigenen Garten haben. Und deswegen ist das irgendwie schon eigentlich fast so ein Hobby von mir, denke ich. und ich habe ja letztes Jahr haben wir unseren Garten angelegt. Das war ja vorher einfach nur Brachland und wir haben dann ja die Terrasse pflastern lassen. Stretch! Da gab es ja auch ein paar lustige Storys zu und wir haben ja dann die Wände gezogen links und rechts von der Terrasse, haben dann den Zaun gebaut, haben den Rollerasen gelegt. Das hat sich ja alles doch ziemlich gezogen. und dann war ich mit meiner Mama und meinem Papa und Jan im Gartencenter letzten Sommer und da haben wir ganz viele Pflanzen geholt. Also wir hatten so, die haben so große Einkaufswagen und wir haben einfach zwei davon komplett voll gemacht und ich meine, wir mussten halt den ganzen Garten bepflanzen. Das ist halt schon eine Menge. Logisch. Ich meine, wir haben jetzt nicht so einen riesigen Garten, aber trotzdem so von den muss ich nach unten muss ich nach oben äh ach so nicht zwingend alles gut ähm also ja so einen Garten zum ersten Mal zu bepflanzen ist natürlich schon einiges und so eine Pflanze wenn du so eine winterharte Staude heißen die ja holst weil ich finde winterharte Pflanzen sind halt immer sinnvoll weil die einfach jeden Tag also jeden Tag jedes Jahr wiederkommen als wenn ich halt jedes Jahr neue Pflanzen kaufen muss für den ganzen Garten da ergibt halt schon was winterhartes durchaus Sinn was du einmal kaufst und dann im besten Fall jedes Jahr halt wiederkommt und die je nachdem wie groß du die kaufst ne wenn du jetzt zu dieser Jahreszeit Stauden kaufst sind die noch super super klein also gerade mal so ein paar Blätter da kriegst du die schon so für 3-4 Euro wenn du aber natürlich so weiter später im Jahr kaufst wo die schon größer sind bezahlst du dann schon so 7-8 Euro und je nachdem wie groß die auch schon sind je größer die Pflanze desto teurer kannst du auch mal 20 Euro für so eine Pflanze bezahlen für draußen also es kommt natürlich immer sehr stark drauf an wann du die kaufst und wie groß die halt sind Jenny Dankeschön für 48 Monate Treue super lieb von dir und wir waren auf jeden Fall letztes Jahr irgendwie im Juni Juli da waren die halt schon ein bisschen größer denn dann waren die eher so zwischen keine Ahnung 8 und 15 Euro pro Pflanze sag ich mal und worauf ich hinaus will meine Mama hat damals alle Pflanzen bezahlt weil die liebt Garten über alles und das macht ihr auch dann total viel Freude das für uns zu bezahlen und so hat sie auch von vornherein gesagt ich bezahle euch alle Pflanzen und das waren glaube ich um die 300 Euro nur für Gartenpflanzen letztes Jahr warum scheint jetzt die Sonne aber es ist Platzregen meine Armrohren Feiltchen die werden einfach penetriert aber es ist plötzlich wieder super hell hier drin aber es ist immer noch Platzregen wie weird die Sonne scheint aber kommt der Weltuntergang gleichzeitig okay ich meine muss ich das Licht nicht anmachen ich bin nebenbei gestorben okay schön ich ich war vom Weltuntergang abgelenkt ähm aber ja auf jeden Fall ganz viele Pflanzen und wir waren jetzt letztes Wochenende tatsächlich noch mal im Gartencenter mit meiner Mama weil immer noch auch viele Lücken im Garten sind weil wir damals halt auch gar nicht also wir haben schon einiges gekauft aber nicht genug um den ganzen Garten so zu bepflanzen und ein, zwei Pflanzen sind mir auch kaputt gegangen über den Winter passiert und ähm haben dann auch noch mal ich glaube so um die 10 Stauden geholt und um die 20 Hornfeilchen falls ihr Hornfeilchen nicht kennt kennt ihr aber vielleicht Stiefmütterchen und Hornfeilchen sind quasi Stiefmütterchen aber mit kleineren Blüten und ähm ja die habe ich jetzt vor ein paar Tagen alle einpflanzen wollen davon habe ich auch den Muskelkater bekommen in den Oberschenkeln aber und jetzt jetzt schließe ich der Kreis mit dem Wetter es ist bei dem Wetter echt kacke gewesen weil ich ja nie wusste wann ich rausgehen kann zum Einpflanzen weil ich ja alles auf einmal einpflanzen wollte aber ich wusste ja nie wann der nächste Regenschauer kommt das war echt gar nicht so einfach das Zeitfenster irgendwie weil ich habe schon so 2 Stunden gebraucht um alles einzupflanzen also das war schon so wann kann ich jetzt guten Gewissens rausgehen und wann eher nicht aber ich habe jetzt zumindest alles eingepflanzt im Garten jetzt ist alles ein bisschen mehr bepflanzt und ich habe sogar vorne vor der Terrasse ein bisschen Farbe bei Hornfeilchen ich glaube die können sogar auch Kälte ab aber die sind jetzt eigentlich eher gedacht bis die Sommer Bepflanzung dann kommt und das glaube ich Wasser und Eis attacken du hast mir glaube ich Aro schon mal vorhin gekillt würde schon gerne mal deinen ganzen Garten sehen ich glaube mein Problem ist einfach dass ich jetzt wo wir hier im Haus wohnen sehr vorsichtig damit bin Sachen zu zeigen also so aus dem Fenster zu fotografieren oder den Garten oder den Vorgarten zu zeigen weil ich möchte hier eigentlich schon gerne mein Leben lang wohnen bleiben und ne deswegen ich man hört ja schon auch ab und zu mal so ein paar Storys ich glaube nicht dass wir bekannt genug dafür sind aber du brauchst auch einfach nur Pech haben und es wohnt zufälligerweise irgendwer in der Nähe ach du warst das und ne deswegen so bei der Mietswohnung war das halt eine Sache aber jetzt mit dem Haus manchmal mache ich auch so Fotos von irgendwas und denke mir so die poste ich jetzt und dann so man kann so ein bisschen aus dem Fenster gucken und dann mache ich es nicht wie gesagt es ist vielleicht ein bisschen übertrieben aber ja deswegen alles was man so drauf schließen könnte von außen wie unser Haus so aussieht mache ich ungern wenn dann eher so einzelne Pflanzen oder so vielleicht aber es ist einfach auch total schön zu sehen wie die ganzen Pflanzen aus dem letzten Jahr jetzt langsam wieder kommen und langsam wieder grün werden das ist irgendwie schon ganz cool ja also hier was man im Hintergrund sehen kann ist okay also das was man im Stream bei Jan zum Beispiel sieht oder so aber ich muss jetzt auch nicht alles fotografieren also so Roomtour oder so früher habe ich ja auch mein Zimmer gezeigt und so als ich noch zu Hause gewohnt habe und auch die Wohnung und so aber jetzt so hier im Haus denke ich mir so eigentlich also ich fotografiere euch gerne mal so ein Regal oder so oder Deko oder so oder Meerschweinchen aber so alles so ich weiß nicht ob ihr jetzt unbedingt meine Küche sehen müsst auch wenn die sehr stylish aussieht kann Ali bestätigen ich bin schon ein bisschen zerlegt typische Fels-Tunnel-Experience hier ich glaube ich werde doch mal wieder beleben ich glaube ich habe noch einen Beleber ich liebe die Küche dann muss man wieder vorbeikommen und dir die Küche angucken und dann wieder gehen aber die Küche war auch teuer genug ich meine so beim Hausbau oder Hauskauf ist egal man hat ja ein gewisses Budget und es werden grundsätzlich immer mehr Kosten auf einen zukommen als man anfangs vermutet man muss da glaube ich einfach so ein bisschen Prioritäten setzen wo man jetzt sagt okay da gebe ich mehr Geld für aus und wo weniger wo wir zum Beispiel auf jeden Fall nicht gespart haben ist so Elektronik weil Steckdosen zum Beispiel kann man nie genug haben und Steckdosen nachrüsten ist halt kacke deswegen haben wir da bei Steckdosen und Internetanschlüssen definitiv nicht gespart oder auch beim Badezimmer weil Bad hat man im besten Fall auch keine Ahnung 20 Jahre oder so deswegen das sind so Dinge wo wir halt gesagt haben okay da geben wir auch ein bisschen mehr Geld für aus und dann wiederum bei anderen Dingen haben wir gesagt gut das ist jetzt nicht ganz so wichtig und Küche war bei mir auch recht weit oben weil meine alte Küche echt ranzig war weil wir kein Geld hatten bei der ersten Wohnung und ich das Billigste vom Billigen gekauft habe und ich konnte diese Küche irgendwann nicht mehr sehen und die war so klein und die Waschmaschine stand in der Küche und ich musste teilweise mein Gemüse auf der Waschmaschine schneiden weil ich nicht genug Platz in dieser kleinen Pissküche hatte deswegen war es bei mir hohe Priorität hier eine bessere Küche zu haben deswegen haben wir da auch nicht gespart Sir Kai Dankeschön für 36 Monate Treue super lieb von dir Hast du mir gerade ein Bedroher reingedrückt? Finde ich jetzt irgendwie nicht so cool Habt ihr eine Kochinsel? Ne Unsere Küche ist ein L da hätte keine Kochinsel reingepasst aber sie ist trotzdem sehr cool jetzt kann ich während des Kochens tanzen das stimmt und ich kann vor allen Dingen während des Kochens gerade wenn irgendwie auch mehrere Leute da sind mit den Leuten tatsächlich auch reden weil wir so eine offene Küche haben also wir haben quasi unser Erdgeschoss ist quasi ein großer Raum schon fast so mit Wohnzimmer also es ist quasi Wohnzimmer Merizimmer Arbeitszimmer und Küche in einem irgendwie also wenn Jan einen ganz langen Arm macht während er am PC sitzt und wenn die Kühlschranktür andersrum aufgehen würde könnte er vom Stuhl aus an den Kühlschrank so nicht aber in der Theorie und es ist einfach ich wollte eigentlich nie so eine offene Küche haben weil ich immer dachte nee ich will die Küche in einem separaten Raum haben aber es ist schon manchmal echt einsam gewesen in der alten Wohnung so in der Küche vor allem war die so klein dass hier eh keiner mehr reingepasst hat deswegen war ich immer alleine da drin und wenn mehrere Leute waren bist du immer aneinander geraten also es war schon gerade wenn auch Besuch da war und die waren alle im Nachbarraum schon manchmal ein bisschen einsam so da ist es hier schon schöner und wie gesagt die Küche ist schon sehr schick aber gute Küchen sind halt leider auch ziemlich teuer erstmal Essen aus dem Kühlschrank während des Zockens holen ja wobei die Süßigkeiten liegen im Wohnzimmer und am Tisch das ist halt auch so eine Sache wenn ich mir teilweise so auf Pinterest oder so Wohnungen oder halt einfach Wohnungseinrichtungen angucke oder aber wenn ich jetzt bei Ikea oder so durchlaufe oder so die sehen halt immer alle schon stylisch aus also alles wirklich perfekt aufgeräumt und farblich aufeinander abgestimmt und total schick dekoriert und so dann denke ich mir immer so mein Haus sieht nicht so aus also mein gegen diese ganzen Pinterest und Ikea Wohnungen die sehr stilvoll eingerichtet sind wirkt mein Haus eher wie ein Kinderzimmer das ganze Haus weil überall Merge rumsteht und denke ich mir manchmal auch so so richtig stilvoll ist es jetzt nicht eingerichtet aber das Problem ist einfach an diesen ganzen wie gesagt Vorzeige Wohnungen die sind finde ich nicht so wohnlich also die haben dann teilweise auch entwickelst du dich jetzt nein schade die haben dann teilweise so auf dem Wohnzimmertisch zum Beispiel irgendwie so eine schicke Tischdecke und dann da so eine große Schale und dann sind da Blumen und Kerzen und Deko und so sieht super schick aus dann denke ich mir so aber wenn ich auf der Couch sitze und den Fernseher brauche zum Zocken dann muss ich das Ding eh vom Tisch runternehmen weil ich sonst nichts sehe also es ist eigentlich unpraktisch also brauche ich es ja eigentlich nicht also ich finde halt so viele Sachen die total stylisch aussehen sind einfach total unpraktisch und ich wohne hier halt es ist ja also es ist ja kein Puppenhaus so ne dementsprechend jetzt so mein Schreibtisch zum Beispiel abseits von den Standardsachen jetzt Maus, Tastatur und so ich habe hier noch mein Grafiktablet liegen weil ich das letztens gebraucht habe und demnächst wieder brauche also räume ich es nicht weg ich habe hier meine To-Do-Liste mein Handy eine Flasche Handcreme weil die kann man immer gebrauchen und ich weiß nicht also ich habe hier halt die ganzen Sachen so rumliegen aber ich finde das auch irgendwie unrealistisch alles was jetzt nicht gerade dekorativ ist so Handcreme oder keine Ahnung was man so rumliegen hat das halt immer direkt wegzuräumen weil wenn ich das doch eh regelmäßig brauche und wie gesagt vieles was irgendwie so dekorativ ist ist auch unpraktisch deswegen also all diese richtig stylisch eingerichteten Ikea-Wohnzimmer und Pinterest-Wohnzimmer die sind halt irgendwie manchmal nicht so also sehen schön aus aber drin wohnen würde ich jetzt nicht wollen folgen dann so weiße Couch mit weißen Kissen und ich denke mir so wenn ich einmal meine Schokolade drauf gefressen habe ist das nicht mehr weiß sieht aus wie wenn ich irgendwie auf die Couch gekackt hätte toll dementsprechend keine weiße Couch für mich ne also manche Dinge ist echt unpraktisch sieht gut aus aber es sieht mit manchen Menschen sehen gut aus aber mehr ist da auch nicht und ich sehe Ali findet unser Haus stylisch ich meine ich finde es ja auch stylisch aber wenn jetzt Leute hier reinkommen würden die nichts mit Videospiel und Anime und so am Kopf haben am Kopf haben am Hut haben äh Hut sitzt auf dem Kopf ich war nah dran denken die sich wahrscheinlich auch so mhm okay also ich ich würde behaupten die wenigsten Häuser Wohnungen sehen so aus wie bei uns ich mag es ich finde es sehr cool ich bin stylisch und ich finde es auch wirklich gut hier zu leben weil nicht alles aussieht als wenn man es nicht anfassen darf so ne ich habe sehr oft das Gefühl wenn solche Häuser so ne mit Vasen und künstlichen Blumen oder getrockneten Blumen überall und eine Million Bilderrahmen an der Wand und dann ist da noch ein Kerzchen an und so boah am besten noch Duftkerzen ich hasse Duftkerzen beziehungsweise ich hasse viele Duftkerzen es gibt auch gute Duftkerzen aber es gibt leider viele die sind viel zu penetrant ne ähm aber ich denke mir so die sehen dann immer so aus diese Wohnung als wenn man da nichts anfassen darf deswegen ich mag es hier auf jeden Fall aber ich glaube es ist nicht jedermanns Sache außer Alis Sache Ali wird hier einziehen aber manchmal fühle ich mich wie so in so einem Kinderzimmer aber dann wiederum gefühlt bin ich auch noch innerlich ein Kind so gehen wir uns erstmal kurz heilen ich glaube das haben wir bitter nötig wenn du noch einmal das Haus schlecht redest gibt es auf die Rübe das Haus rede ich nicht schlecht das Haus ist super und ich rede auch nicht meine Deko schlecht ich sage nur dass die ein bisschen speziell ist Duftkerzen gehen immer so Vibes als würde jemand seinen Gestank überdecken du bist ganz schön groß Kwan du bist Gestein Psycho Overcoat okay gute Verteidigung und eher speziell ja du darfst auf jeden Fall auch mal mit nach hier unten also heute haben wir ja unser Team ah das passt noch die Frage ist würdest du wollen dass Ali bei euch einzieht ich meine er hat immerhin schon mal eine Woche bei uns gewohnt er hat meine Sofakissen aufgeschüttelt also war schon ganz nett oder oder ich meine spannend